Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute möchte ich Ihnen eine eigene Komposition vorstellen, namens Impressionen. Es ist ein Zyklus von drei Stücken für die linke Hand und es ist meine Hommage an die impressionistische Musik. Im ersten Stück, nachdenklicher Moment genannt, geht es darum, verschiedene Einzelklänge, also Einzeltöne oder Akkorde mit unterschiedlichen, quasi symbolischen Bedeutungen zu versehen. Das zweite Stück ist Landschaftsmalerei mit Wind und dessen Widerspiegelungen. Das dritte Stück ist hingegen etwas Menschlicheres, es ist etwas Persönliches. Da geht es um die Darstellung einer Unterhaltung durch einen Schleier. Das dritte Stück, nachdenklicher Moment genannt, geht es um die Darstellung einer Unterhaltung durch einen Schleier. Das dritte Stück, nachdenklicher Moment genannt, geht es um die Darstellung einer Unterhaltung durch einenaces executioner Honor Galitайте. Das dritte Stück, nachdenklicher Moment genannt, geht es um die Darstellung einer Unterhaltung durch einen Schleier. Das dritte gibt es um die Darstellung zur Orange-Schleier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.